In jedem Unternehmen fallen täglich unzählige Daten an, angefangen beim Controlling bis hin zur Produktion. Die Informotion GmbH aus Frankfurt am Main hilft Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Lösungen für die Analyse dieser Daten zu erhalten. Maßgeschneidert sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten der IT-Beratung. Jeder der aktuell 200 Beschäftigten weiß ganz genau, welche Kompetenzen für die jeweilige Fachposition benötigt werden. So kann sich jeder gezielt für bestimmte Stellen qualifizieren. Das geschieht völlig ohne Druck. Wer länger auf einer Position verweilen möchte, der hat die Freiheit dazu. Das für IT-Beratungen typische Up-or-Out-Prinzip gibt es bei Informotion nicht. Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Kollegen bei Informotion einfach wohlfühlen und dass wir mit Feuer und Flamme bei der Sache dabei sind, sowohl bei Informotion selber als auch bei dem Thema, das wir gemeinsam bearbeiten. Wir haben kein Interesse daran, dass sich die Kollegen auf Basis von vorgezeichneten Wegen in Richtungen entwickeln, die persönlich zu ihnen nicht passen. Dazu haben wir auch ein Feedback-System aufgesetzt, in dem es die Leute jeden Monat sagen können, wie wohl sie sich aktuell bei uns fühlen. Der Teamgedanke ist uns besonders wichtig, weil wir gegenseitig von unserer breiten Erfahrung profitieren können. Um dahin zu gelangen, haben wir ein intensives Einarbeitungsprogramm aufgesetzt, mit dem junge, aber auch erfahrene Kollegen sich sehr, sehr schnell in das Team integrieren. Damit schaffen es insbesondere junge Mitarbeiter, sehr schnell Projektverantwortung zu übernehmen und fühlen sich als Teil des Teams. Darüber hinaus helfen 360-Grad-Feedbacks dabei, die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zu verbessern. Externe Coaches und ein Führungskräfte-Entwicklungsprogramm unterstützen dieses Ziel. So arbeitet der IT-Berater weiter an maßgeschneiderten Lösungen. Für die eigene Unternehmenskultur, wie auch für seine Kunden. Am meisten begeistert mich bei InfoMotion, dass die Kollegen einfach durch die Reihe weg Begeisterung für ihre Arbeit zeigen. Ich muss mich halt nicht in irgendeine Form reinkrätschen, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin. Nach nur mehr vier Jahren bei InfoMotion konnte ich mich persönlich zu einem technologischen Generalisten entwickeln und gehe noch heute mit dem gleichen Spaß und Projekt heran wie am ersten Tag. Ich habe bei InfoMotion die Möglichkeit, aktiv die Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen. Für mich persönlich ist InfoMotion ein perfekter Arbeitgeber. Ganz Truly mein Agro Deine Boche IchЕТ Das war Alyssisch. Ich bin muss mich très ansetzen.